Hallo Leute, ich wollte euch einfach mal mitnehmen jetzt hier auf eine kleine Rundreise quasi. Es werden jetzt mehrere Videos und zwar geht es um dieses Skateboard. Und zwar hatte ich ein schönes Geländeport, das zeige ich dann noch später im Video. Das ist leider zerbrochen. Und jetzt habe ich mir einen Ersatz geleistet. Naja. Das wird jetzt Stück für Stück umgebaut und ihr seid sozusagen live dabei. Und das ist gerade so angekommen, also das klappert unendlich hier alles. Die Räder drehen sich auch nicht hier die Rollen, alle fest. Wie dreht sich das Einzige so ein bisschen? Na. So, damit will ich jetzt mal fahren. Und das Problem ist, so ohne weiteres könnte das wehtun, deswegen Kamerahelm. Und dann würde ich sagen, geht es auch gleich los. Hier, one take. So, guck ich doch mal, wie man damit fahren kann. Du Scheiße. Das lenkt ja fast gar nicht nach links. Last one. Last one. Last one. Last one. Boah. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.